Legt Zeugnis ab. Es gibt die, die mich verurteilen würden. Aber niemand kann es. Das ist das Ausroden von totem Holz. Ich beseitige die, die seine feinste Kreation zu sein scheinen. Scharlatan. Anton. Bitte nicht. O mein liebevoller Herr, führe meine Hand. Lass mich dieses Paradies namens Erde reinigen für deine bedeutsame Rückkehr. Bitte, ich will nur nach Hause.